Ich war vorhin schon da, als die Weißkittel hier waren. Wissen Sie, was die über Sie gesagt haben? Ich meine, vielleicht konnten Sie es ja hören. Aber falls nicht, also falls Sie es jetzt hören können, dann wollte ich Ihnen sagen, also, die haben gesagt, dass keiner weiß, ob Sie noch mal wieder klar werden oder ob da oben in Ihrem Schädel nur noch Kartoffelmus ist. Das haben Sie einfach so gesagt. Ich schwöre, ich hätte Sie fast abgemorxt. Ich meine, wo leben wir denn? Wie geht man hierzulande bitte mit Koma-Patienten um? Haben Sie Kill Bill gesehen? Ich hoffe, sowas ist Ihnen hier nicht auch schon passiert. Sollen wir vielleicht doch wieder Miss Pickford vorbeischicken? Sie würde jedenfalls niemals zulassen, dass Sie... Scheiße! Historian! Du solltest doch in der Heidewind dranbleiben! Vielen Dank.